Halt! Du bist ja noch nicht fertig. Wird Zeit, dass ich dir ein paar Regeln erkläre. Die Regeln macht der Chef. Chefin, und solange du hier Geschäfte machst, hältst du dich daran. Ihr haltet euch im Hintergrund. Meine Gäste werden nicht belästigt. Und ihr vertickt euer Zeug nicht in meinem Laden. Mein Büro wird nur noch mit meiner Erlaubnis betreten. Über jede Lieferung werde ich informiert. Und meine Leute haltet ihr komplett aus allem raus. Du willst wohl was extra verdienen? Mit eurem Geld würde ich mir nicht mal den Arsch abwischen. Ich bin auf St. Pauli aufgewachsen. Wir sind hier alle eine große Familie. Und ihr... Ihr seid die Neuen. Den Namen war keiner. Sei so lieb. Und mach die Tür, die dir zu, wenn du rausgehst. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ihr mehr sehen wollt, hier klicken. Falls ihr die ganzen GZS-Folgen sehen wollt, dann klickt ihr hier. Und ganz heiß, ganz neu und wirklich spannend. Nie hat alles auf Anfang auf TVNOW. Hier klicken. Viel Spaß. Wie geht's auf dem Video? Wie geht's auf dem Video? Wie geht's auf dem Video? Vielen Dank.